In der Schlucht gibt es zwei Wachtürme. Jede der Wachen hat einen Alarmknopf. Kümmere dich zuerst um den Kerl im hinteren Turm. Gut gemacht, aber pass auf, unter der Brücke sind noch mehr. Gute Arbeit! Tiler, wir haben ein Sekundärziel. Ach was, schon wieder? Hinter der Brücke ist ein Truck voller Waffen. Wir müssen ihn in die Luft jagen. Ich dachte, die Mission sollte unauffällig verlaufen. Deshalb musst du es ja auch unauffällig erledigen. Im Lager beim Fluss müsstest du Sprengstoff finden. Damit kannst du den Truck dann hochjagen. Okay, verstanden. Bin unterwegs. Vorsicht! Im Lager wimmelt es von Soldaten! Oh! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Gute Arbeit! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Nee, weg dich! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das wir erledigt! Gute Arbeit! Alles klar! Sieh zu, dass du da wegkommst! Das da links ist der Weg, der ins Lager führt! Gute Arbeit! Links ist eine günstige Position! Vielleicht kannst du von dort aus ein paar von denen ausschalten! Der Kommandant ist in dem Gebäude! Auf zwei Uhr! Du musst dich von hinten ins Lager schleichen! Stell dich auf eine kleine Kletterpartie ein! Wer hat euch das? Die Kletterpartikeln ist in der Kletterpartikeln ist drin! Deine Frau sind. Das macht die Kletterpartikel zu? Ich schluss die Kletterpartikel, als ich hier 페ie schlafen. Ich schluss mich, das ist in der Kletterpartikeln ist. Denken Sie auf einmal! Oh, 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 oh. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Turm auf 11 Uhr! Sei vorsichtig! ZDF, 2020 ZDF, 2020